Halt meine Hand hoch. Okay, und jetzt die andere Hand auch hoch. Und jetzt zeige ich euch mal was. Könnt ihr bestimmt. Aufgepasst? Ja. Sehr gut. Aber warum habt ihr die Hände jetzt aufgenommen? Anfangen würdet ihr jetzt zu klassen. Macht mal die Hände nach oben, kommt schon. Ja. Sehr gut. Hier, weiter. Okay, jeder der jetzt klatscht, macht mal einen Schritt nach vorne. Auch wieder hinten. Na komm schon, wir brauchen noch nicht. Ja. Das sieht doch gut aus. Ja. Okay. Ihr klatscht bestimmt weiter. Alle, die jetzt klatschen. Habt ihr Bock zu singen? Ja. Ah. Sie hat auf jeden Fall Bock. Und die anderen, habt ihr auch Bock? Okay. Lass dich nur durchgehen. Üben wir gleich nochmal ein bisschen. Geht. Geht.